Moin, Servus und Hallo! Willkommen zurück bei ScribNord. Heute möchte ich mir mal die Essensversorgung nochmal angucken und schauen welche Lebensmittel am effektivsten sind. Wir haben ja jetzt Kartoffeln dazu gekriegt, Konservenmaschine und da bin ich mal gespannt. Viel Spaß damit. Erstmal gehen wir einmal hier zu unserer Essensbasis. Machen wir einmal Licht an, weil hier ist gerade Nacht. Da habe ich hier unten schon mal so ein bisschen den Acker mal ein bisschen vorbereitet und ganz viele verschiedene Essenssorten. Aber ich mache erst einmal mein Inventar leer. Da kann ich dann auch ein bisschen besser hantieren. So. Einen Teil kann man drinnen lassen und dann werde ich jetzt erstmal einmal hier alles ernten. Das ist jetzt Blumenkohl. Dann Blauch. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie das mit den Nährwerten und mit den... Ja, man kriegt ja immer Gesundheit und Essenspunkte gutgeschrieben, wenn man verzerrt. Da ist zum Beispiel jetzt im rohen Zustand. Ich sehe gerade die ganzen Samen. Können wir mal ein bisschen wieder einsehen. Dann haben wir die auch wieder aus dem Inventar. Alles weg, alles leer. So und zwar haben wir jetzt hier eine kleine Auswahl. Die Karotten haben 12 Punkte für Essen und 5 Gesundheit. Tomate haben 8 und 7. Kartoffel hat 4 und 2. Lauch hat 8 und 9. Blumenkohl hat 10 und 7. Also auch schon nicht schlecht. Und Kürbis hat 10 und 5. In Sachen Ernährung essen ist Karotten am besten. Gefolgt von Kürbis und Blumenkohl. Und bei der gesundheitsbringenden Sachen, äh Punkten ist der Lauch am besten. Gefolgt von Blumenkohl und Tomate. Also Blumenkohl ist nicht schlecht. Ja Blumenkohl ist so... Ich habe bisher meistens mit Karotten gearbeitet. Und wir hatten damals schon mal einen Suppentest gemacht. Und das gleiche wollte ich so ein bisschen mal mit... Ja Konserven mal testen. Und was da denn so rauskommt. Wenn man die... Ja nach Art da rein tut. Und eventuell noch mal Suppen nochmal testen. Also bei 3 mal. Also bei einer Karotten Topf. Passt gar nichts. Ok. Und ich habe schon wieder gedreht. Was habe ich da jetzt bekommen. Gar nichts. Ok. Das ist jetzt ein Bug. 2, 2, 3. Und irgendwie... Wo komme ich da gar nichts raus. Ok. Und ich da... 1, 2, 3... Ah. Bei der Karotte habe ich... eine grüne Dose. So. Mach mal... Mal so. Dann... Bei den Tomaten... Da... muss ich gucken was da... Da habe ich eine blaue rausbekommen. Da... mache ich... eine Tomate dabei. Und die blaue. Das ist... Das schreibe ich gleich auf. Äh... Als nächstes haben wir... Die... Kartoffeln. Da haben wir... eine braune Dose rausbekommen. Die machen wir noch da hin. Und jetzt machen wir... Lauch. Da haben wir wieder eine blaue rausgekriegt. Ok. Ok. Joa... Bisher... Ist da die... Grüne glaube ich. Ich habe da einmal die grüne gemacht. So... Kürbis... So... Eine grüne. Aus Kürbis... kommt auch eine grüne Dose. Die machen wir... Da unten. Jetzt kommt noch Blumenkohl. 3... So... Was haben wir da... Bekommen... Da haben wir... Auch eine grüne. Also... Blau... Blau... Jetzt... Tomate... Und... Und... Tomate... Äh... Lauch und Tomate... Und... Bei den... Grün... Die grüne... kriegt man aus diesen... Aus der Karotte... Aus der Kürbis... Oder aus dem... Blumenkohl... Ok... Kartoffeln... Da kriege ich... nur eine... Braune... So... Ok... Karotten... Grün... Da kommen... 35... Essenspunkte... Und... 25... Gesundheitspunkte... Bei den... Kartoffeln... ich schreibe es mir nebenbei auf... Weil ich noch eine Liste fertig machen möchte... Die werdet ihr auch jetzt gleich sehen... Bei den Kürbis gibt es wieder... Die... 35 Punkte... Und die... 25... Und... Das gleiche ist auch bei den... Blumenkohlen... 35... 25... Tomate... Und... Lauch... Sind bei... 30... Und... 20... 30... Und... 20... 30... Und... 20... Dementsprechend... Wäre da... In Sachen... Essenspunkte... Am besten... Karotten... Kürbis... Und... Blumenkohl... Das ist... Aber... Gleiche bleibt... Äh... Bei den... Rohen... Essen... Da waren die Karotten... Am besten... Und... Hier sind sie gleich... Ja... Komplett auch die... Gesundheitspunkte... Sind auch... Und am schlechtesten... Sind... Sind wieder die Kartoffeln... Die neuen... Früchte... Äh... Die neue Frucht... Sorte ist überall... Am schlechtesten... Sowohl... Beim rohen... Wie bei den... Konserven... So... Jetzt brauche ich... Ein bisschen... Platz... Dafür... Ich... Trühe ich dann... Die... Ich mach mal... Einmal... Mein Inventar... Wieder voll... Und... Dann... Gucken wir mal... In gekochter... Form... Also... Nicht in gemisch... Das gemischte... Mache ich... Vielleicht... Irgendwann... Später... Mal... So... Jetzt... Gucken wir... Mal... Was... Die... Suppe... Da... Dann... So... Bereit... Hält... Da... Das... Braucht... Ein... Bisschen... Und... Zwar... Die... Kartoffeln... Hab ich... Jetzt... Als... Erstes... Das... Brauchen... Machen... Also... Bisher... So... Ist... Die... Neue... Frucht... Nicht... So... Nicht... So... Gut... Die... Klebt man... Durch die Kartoffel... Maschine... Aber... Wie ihr... Sehen... Könnt... Habe ich... So... Hier... Auf dem Feld... Vermehrt... So... Da... Haben wir... Das... Kartoffel... Gericht... Und zwar... Mit... 35... 30... Um... Mehr... Gesundheitspunkte... Wie die... Karotten... Zu... Das... Weiß ich... Noch... Dann... Hab ich... Noch... Im Hinterkopf... Aber... Können wir... Noch... Mal... Moment... Aus... Probieren... Dauert... Nur... Moment... Vielleicht... Machen wir... Gleich... Auch... Noch... Mal... Was... Aber... Ich... Muss... Mal... Gucken... Ich... Will... Die... Folge... Nicht... Zu... Lange... Haben... Vielleicht... Werden... Wir... Auch... Nur... Eine... Kurze... Folge... Raus... Machen... So... Da... Ist... Der... Korop... Und... Pot... Das... Das... Ist... Die... Korottensuppe... 50... Und... 25... Mehr... Essen... Weniger... Gesundheit... Dann... Schauen... Mal... Tomatensuppe... Gucken... Was... Der... Für... Werte... Gibt... Ah... Das... Mit... Dem... Kochen... Also... Äh... Konserve... Maschine... Ist... Auf jeden... Fall... Wesentlich... Schneller... Weil... Man... Da... Sofort... Die... Konserve... Kriegt... Und... Die... Suppe... Hat... Natürlich... Ja... Die... Gleichen... Werte... Aber... Ungefähr... So... Können... Tomatensuppe... So... Da... Haben... Wir... Jetzt... 38... Und... 18... W... Gegenüber... Konserve... 30... Und... 20... Weniger... Gesundheit... Mehr... Essen... Okay... Ist... Ja... Schon... Mal... Interessant... So... Dann... Haben... Wir... Wir... Haben... Jetzt... Die... 3... Dann... Kommt... Jetzt... Lauch... Suppe... Das... Hatte... Ich... Ja... Damals... Schon... Mal... Im... Suppen... Test... Gemacht... Aber... Ich... Mach... Das... Jetzt... Einfach... Noch... Einmal... Dann... Haben... Was... Zusammen... Die... Zahlen... Dann... Mache... Ich... Auch... Eine... Kleine... Blende... Ich... Auch... Eine... Kleine... Tabelle... Ein... Was... Was... Da... Am... Besten... Ist... Nach... Meine... Einschätzung... Her... So... Da... Haben... Wir... Die... Lauch... Suppe... Und... Die... Hat... 42... 20... Also... Bisher... Ist... Noch... Die... Sind... Die... Karotten... Am... Besten... Beziehungsweise... An... Sachen... Essen... Kartoffeln... Suppe... Ist... Ist... Noch... Bringt... Am... Meisten... Gesundheit... Allgemein... Um... Gesund... Zu... Werden... Die... Gesundheit... Hochzumachen... Ist... Kartoffelsuppe... Bisher... Am... Besten... So... Dann... Machen... Kürbis... Vielleicht... Hat... Sich... Ja... Auch... Was... Von... Werten... Verändert... Im... Vergleich... Zu... Früher... Müsste... Ich... Einfach... Mal... Nach... Gucken... Aber... Ich... Könnt... Ihr... Ja... Auch... Und... Ruft... Die... Einfach... Den... Alten... Suppen... Test... Auf... Und... Dann... Könnt... Ihr... Könnt... Ihr... Dann... Im... Kommentar... Darunter... Schreiben... So... Da... Haben... Wir... Jetzt... Kürbissuppe... Die... Hat... 45... 20... Oh... 20... Nur... Okay... Und... Blumenkohl... 2... 3... So... Bei einer guten Rüstung... Zählt nur noch das Essen... Und da wäre... Dementsprechend... Die... Karottensuppe... In der Tat... Das... Effektivste... Erstaunlich... So... Hier sieht... Oh... Fängt wieder von unten... Vorn... An... Oder... Was... Tatsächlich... Ah... Gut... Warten... Jetzt... Mal... Blumenkohl... So... Da ist... Blumenkohlsuppe... So... 46... 15... Und... Die ist... Blöd... Also... In Sachen Essen... Ist... Karottensuppe... Am effektivsten... Und... In Sachen... Gesundheit... Ist... Die... Karottensuppe... Die... Im Vergleich... Zu... Den... Andern... Karottensuppe... 25... Allerdings... Allerdings... Geht die... Schneller zu produzieren... Und... Blumenkohl... Kürbis... Konserve... Ja... Für Gesundheit... Würde ich dann die... Die... Wer... Also... Häufiger Gesundheit braucht... Äh... Rate ich dazu dann... Konserven... Karotte... Kürbis... Oder Blumenkohl... Konserven... Zu... Machen... Das... Sind... Die... Grünen... Die... Habe... Ich... Bisher... Überwiegend... Verwendet... Und... Wer... Die... Beste... Kombination... Haben... Will... Und... Nicht... Die... Mühe... Scheuert... Ist... Karottensuppe... In der... Tat... Die... Mit... Abstand... Beste... Variante... Okay... So... Kann... Es... Kommen... Und... Dann... Haben... Wir... Den... Essenstest... Gemacht... Also... Der... Effektivsten... Ist... Die... Karottensuppe... In der Tat... Aber... Ist halt... Auch... Aufwendig... Zu... Machen... Dementsprechend... Muss... Jeder... Für... Sich... Entscheiden... Ob... Er... Den... Aufwand... Haben... Will... Ich... Mach... Das... Gerne... Mit... Den... Grünen... Konserven... Die... Reichen... Mir... Wenn... Ich... Jetzt... Gucke... Äh... So... Viel... Lehm... Verliere... Ich... Nicht... Und... Essen... Geht... Eigentlich... Auch... So... Dann... Haben... Wir... Schon... Heute... Mal... Das... Eine... Kurze... Folge... Ja... Und... Das... Ja... Vielen... Dank... Für... Das... Vorbeischauen... Wenn... Es... Euch... Gefallen... Hat... Lass... Ein... Like... Da... Bis... Zunächst... Mal... Ciao... 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 Bis zum nächsten Mal.